Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, euer Handy spielt kein Sound mehr ab, kein Ton. Ihr wollt ein Video angucken und das Ganze ist ja stumm. Woran kann es liegen? Was könnt ihr machen? Das möchte ich euch hier in dem Video einmal erklären. Wenn euch das gefällt, lasst gerne schon mal einen Daumen nach oben da und vergesst auch nicht meinen YouTube-Kanal hier zu abonnieren. Das Ganze ist für euch kostenlos und ihr verpasst keine weiteren wichtigen Videos mehr. Ja, legen wir gleich mal los. Fangen wir erstmal ganz kurz mit den banalen Sachen an. Ihr solltet natürlich gucken, dass die Lautstärkeregelung auch hochgedreht ist. Es kann aber tatsächlich manchmal auch dazu kommen, dass ihr die Lautstärke hochgeregelt habt und trotzdem wird kein Sound abgespielt. Dann schaut einfach mal hier unter die Einstellungen nach. Da in die Einstellungen reinklicken, dann auf Ton und Vibration gehen. Dann könnt ihr sehen, ja die Lautstärke ist komplett hoch, aber die Medien-Lautstärke ist aus. Das heißt, dreht diese hier einmal hoch, dann sollte das Ganze vielleicht auch gelöst sein. Ja, falls noch nicht, dann kann auch manchmal, ja wirklich der banale Neustart des Handys einfach weiterhelfen. Einfach das Handy ausschalten, nochmal runterfahren und dann wieder neu starten. Ist tatsächlich so, dass das der meiste Grund ist und es danach wieder geht. Sollte das jetzt auch nicht der Fall sein, ihr könnt immer noch nichts hören, dann schaut mal nach, ob euer Handy vielleicht versehentlich mit einem anderen Gerät verbunden ist und der Sound vielleicht auf einem Bluetooth-Kopfhörer oder einem anderen Lautsprecher abgespielt wird. Dann müsst ihr einfach mal gucken, wenn das der Fall sein sollte. Dann geht einfach mal in den Flugmodus, schaltet den an und jetzt sollte dann das Sound nämlich auf euer Handy abgespielt werden, da die Verbindung zum anderen Abspielgerät unterbrochen wäre. Sollte das immer noch nicht der Fall sein, dass es geht, dann kann es möglicherweise sein, dass euer Handy tatsächlich einen Defekt aufweist. Dann gibt es noch eine Möglichkeit, wie man auch helfen kann, die ist allerdings nicht ganz ohne Folgen. Dazu müssen wir hier wieder in die Einstellungen rein und dann geht ihr relativ weit einmal nach unten, geht hier auf den Punkt, meine ich, System ist das, jetzt muss ich selber kurz gucken und dann haben wir es da ganz unten, die Option zum Zurücksetzen. Es kann sein, dass euer Gerät defekt ist oder auch, ja, es dort Schwierigkeiten gibt. Manchmal kann es vielleicht helfen, auch einfach nur Bluetooth und WLAN zurücksetzen. Wenn das aber nicht geht, dann müsst ihr unten auf Werkseinstellungen zurücksetzen, das Telefon wird dann ja komplett neu resettet. Alle Daten sind aber auch weg, das müsst ihr wissen, aber möglicherweise ist das Soundproblem dann auch gelöst. Das sollte allerdings die letzte Option sein. Probiert erstmal die vorherigen Sachen, die ich euch genannt habe. Aber vielleicht geht es damit wieder und das Problem ist damit dann gelöst. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, noch weitergeholfen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert gerne hier meinen YouTube-Kanal. Das Ganze ist für euch kostenlos und wir sehen uns dann auch in einem der nächsten Videos wieder. Macht's gut, bis dahin. Daumenifer Und Love Ich